Sie sind hier, 11. Juli 2018, 9.10 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Jan Vietapp soll sich mit dem FC Bayern über einen Wechsel einig sein, Urheberrecht, Getty Images, HSV Sturmjuwel, Jan Vietapp soll sich mit dem FC Bayern bereits auf einen Wechsel verständigt haben. Nun verrät ein Medienbericht, welches Gehalt abwinkt. Ein Wechsel von HSV-Supertalent Jan Vietapp zum FC Bayern gilt als beschlossene Sache. Der deutsche Rekordmeister soll sich schon lange mit dem 18-Jährigen über einen Transfer einig sein. Wie die BILD berichtet, bieten die Münchner dem Stürmer, der bislang 18 Bundesligaspiele absolviert hat und dabei zwei Tore erzielte, einen Vertrag über mindestens vier Jahre an. Das Gehalt soll demnach satte 5 Millionen Euro im Jahr betragen. Zum Vergleich, das Gehalt der Nationalspieler Sebastian Rudi und Niklas Lüle bewegt sich in einem ähnlichen Rahmen. Trotz Bayerns lukrativem Angebot gibt es aber noch ein Problem zu lösen, die beiden Vereine liegen bei der Ablösesumme nach wie vor weit auseinander. Die laut BILD gebotenen 2,5 Millionen Euro sind den Hamburgern zu wenig. Punkt. Allerdings läuft APS Vertrag am Ende der Saison aus, weshalb der Zweitligas Gefahr läuft, sein Talent ablösefrei zu verlieren. Punkt. Allerdings läuft APS Vertrag am Ende der Saison aus, weshalb der Zweitligas Gefahr läuft, sein Talent ablösefrei zu verlieren.